Der Riddachshäuser Reichsjägerhof entstand ab 1934 auf Betreiben des damaligen NSDAP-Ministerpräsidenten des Freistaates Braunschweig, Dietrich Klagges, der sich so zusammen mit seinem Parteigenossen, dem Finanz- und Justizminister Friedrich Alpers, die Gunst der Reichsführung in Berlin sichern wollte. Zur Erreichung dieses Zieles suchte Klagges die Nähe Görings, dessen Jagdleidenschaft bekannt war. Klagges schuf dazu zunächst den Jagdgau Braunschweig und ernannte dann Alpers 1934 zu dessen Gaujägermeister. Anschließend begannen in der Buchhorst die Bauarbeiten am Reichsjägerhof, dessen Planung der Braunschweiger Architekt Emil Herzig verantwortete. Das Kloster Riddachshäuser wurde mit seinen ausgedehnten Teichen in die Anlage integriert. Daneben wurden eine Fasanzucht, eine Falknerei und ein Wildpark eingerichtet. Bei der Eröffnung am 5. Mai 1935 übergab Klagges den Betrieb Göring als persönliches Geschenk zu dessen Hochzeit mit der Schauspielerin Emmi Sonnemann. In seiner Dankesrede schuf Göring die Bezeichnung Reichsjägerhof. Der Architekt Herzig hat den Gebäudekomplex im Stile eines Niedersachsenhauses in Fachwerkbauweise konzipiert. Der Jägerhof bestand aus einem Hauptgebäude mit Gaujägermeisteramt, Tagungs- und Schulungsräumen sowie Arbeitsräumen und Wohnungen für Forstbeamte. Außerdem gab es einen eigenen Wohntrakt für Göring, den dieser aber nie benutzt hat. An das Gebäude schlossen sich Stallungen und Wirtschaftsgebäude an. Fasanerie und Falkenhof, der den Titel Reichs-Falkenhof erhielt, befanden sich etwas vom Gebäudekomplex entfernt. Göring hielt sich dort zweimal zu Staatsjagden für ausländische Diplomaten auf, 1935 und 1938. Ein Projekt des Betriebes war die Erforschung und Ansiedlung der Gärfalken. Hierzu finanzierte die eigens für die Verwaltung des Hofes ab 1935 gegründete Hermann-Göring-Stiftung 1938 die Herde-Merten-Grönland-Expedition, die fünf dieser Greifvögel nach Deutschland brachte. Dieser erste Reichsjägerhof, der, so war es geplant, als Prototyp für weitere Anlagen dieser Art dienen sollte, wurde bis 1945 von der Hermann-Göring-Stiftung verwaltet. Die nahegelegene 1740 erbaute Waldgaststätte Grüner Jäger wurde 1936 aufwendig umgebaut. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Stiftung in Jägerhof-Stiftung umbenannt. Die Liegenschaften des Reichsjägerhofes gingen 1955 nach Auflösung der Stiftung in den Besitz der Stadt Braunschweig über. In den Gebäuden befand sich bis Ende 2012 ein integrativer Kindergarten der Braunschweiger Lebenshilfe. Der Grüne Jäger ist weiterhin ein Restaurant. Der Grüne Jäger ist weiterhin einIND. Der Grüne Jäger ist weiterhin ein deiner, die Erweiterin der Brüderin genießen. Der Grüne Jäger ist weiterhin ein